So, hallo, es ist schon wieder Montag, ich muss einen Stream ankündigen. Ich hoffe, dass ich morgen streamen kann. Ich hüste noch ein wenig rum, es ist schon wesentlich besser. Es kann also passieren, dass ich im Stream ein bisschen was huste, wir werden sehen. Aber an sich geht es wieder. Ich kling vielleicht noch ein bisschen, ne, so vom... und so, aber gut. Sollte passen. Ähm, wir spielen, ich muss mal kurz, bevor ich hier jetzt wieder was aufnehme und bin, gemutet. Nein, bin ich nicht, gut. Wir spielen weiter das Second Reality, die Project 2 Beloaded, nachdem wir das letzte Mal gedacht haben, dass wir durchkommen, was wir dann leider nicht sind. Aber ich kann jetzt schon mal alle die beruhigen, die denken, wir werden erstmal wieder ewig in diesem Horrorhotel hängen. Ich glaube nicht, ich glaube, ich habe was gesehen, das werde ich ausprobieren und ich bin mir ziemlich sicher, dass das das Richtige ist. Bin ich ziemlich sicher. Und wenn wir mit Reality Project 2 durchkommen sollten, was ich extremst hoffe, ich habe keine Ahnung, wie lange das Ding noch ist, ich weiß es nicht. Dann spielen wir danach Kirby's Adventure. Tja. Genau. Ich hoffe, wir kriegen beides in den Stream rein. Es sollte nicht länger als 24 Uhr gehen, sonst wird es immer so knapp und nöch. Und ja, das wäre es. Achso, wir fangen 20.20 Uhr an. Ich habe die letzten Mal immer 20.15 Uhr gesagt, das war immer ziemlich knapp von der Uni her. Ich gebe mir mal fünf Minuten mehr ungefähr und ja, dass ich nicht ganz so gehetzt alles machen muss. Deswegen, ich sage jetzt mal 20.20 Uhr, ihr könnt natürlich um 20.15 Uhr schon im Chat sein. Das ist alles, da bin ich dann wahrscheinlich auch schon, aber das ist dann alles so ein bisschen weniger gehetzt. Das fände ich besser. Es kann auch durchaus sein, dass das Stream schon 20.17 Uhr on geht, aber ich fange auf keinen Fall dann vor 20.00 Uhr mit dem Spielen an oder so. Ist ja alles klar, wieso erkläre ich sowas überhaupt? Das ist so logisch. Na gut. Danke fürs Zugucken, Zuhören und Tschüss. Bis morgen.